Hallo, ich bin sehr bald Absolvent des Masterstudiengangs Wirtschaftswissenschaften für das Gesundheit und Sozialwesen. Ich habe davor meinen Bachelor gemacht an der WISO in BWL und habe dann im Bereich mit jungen Geflüchteten gearbeitet, habe dann im Studium hier an der EVAN meinen Master gemacht, eben im Bereich Wirtschaftswissenschaften, habe meine Theorie mit der Praxis verknüpft. Da ist mir dann auch die Idee gekommen, etwas zu entwickeln für die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Was ich aktuell mache, ich bin bei einem Bildungsträger beschäftigt, wo ich auch komplett den Bereich Bildung neu aufgebaut habe und wir haben mittlerweile den zehnten Durchlauf zur Teilqualifizierung zum Industriemechaniker und integrieren fleißig Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt. Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt. Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt. Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt zu